Im Wasser gibt es Blau und Ammerei, mit den Wellen muss man sich aussetzen. Gegen diese Strömen kann man nicht anschwimmen, der Autoschlüssel muss am Strand bleiben. Er ist im Schuh versteckt. Hast du geguckt, ob ich den Herd ausgemacht hab? Wir hatten doch noch Tee gekocht. Die Sparbücher sind im Schrank ganz unten, die findet ja wohl keiner, oder? Am liebsten würde ich noch mal nachgucken, aber Barbara kommt wegen der Blumen. Die ruf ich dann mal an in ein paar Tagen. Aber das Schwimmen ist herrlich. Im Wasser gibt es Blau und Ammerei, und den Wellen muss man sich ausliefern. Gegen diese Strömen kann man nicht anschwimmen. Gegen diese Strömen kann man nicht anschwimmen.